Ein kurzes knappes Video noch an diesem wunderschönen Sonntagabend. Ich hoffe ihr hattet ein schönes Wochenende. Wir haben noch eine Gewinnspielauflösung vom 500 Abonnenten Special. Falls ihr euch daran erinnert, es gab richtig coole Sachen zu gewinnen. Einmal diese Aluminiumwasserflasche oder was auch immer ihr einfüllen wollt mit Koradon drauf und auf der anderen Seite mit Miradon. Wir haben ein cooles Notizbuch mit den Startern von Paldea. Mit Felori, Quacks und Krokel. Und wir haben oben drauf noch eine Nintendo Switch Online Mitgliedschaft für 1999. Zwölf Monate könnt ihr damit online spielen und es haben sehr sehr viele mitgemacht. Allerdings habe ich es erstmal in den Community Tab reingeschrieben. Und dann habe ich gedacht, es sind vielleicht noch ein bisschen wenig Kommentare, wir machen noch ein extra Video dazu. Und dann seid ihr alle dazugekommen. Erstmal herzlich willkommen an jeden neuen Abonnenten, der mittlerweile dabei ist. An der Stelle, Snail Venture Art. Herzlich willkommen auf dem Kanal. Tim Siegmund, Schutzseele ist schon länger dabei. Fanatics ist mit dabei. Darlin M ist mit dabei. Und auch Raffi hat wieder kommentiert und erstmal gefragt, ob ich denn auch Tears of the Kingdom spiele. Also The Legend of Zelda. Ja, natürlich mein Guter. Ich werde dieses Spiel spielen und habe mir auch dafür eine Woche Urlaub eingeräumt tatsächlich. Ich mache es an jeder Stelle etwas kurz. Also kein großer Trommelwirbel darum, wer jetzt dieses Gewinnspiel hier gewonnen hat. Die liebe Schutzseele hat dieses Paket hier gewonnen. Das werde ich dir gerne zuschicken. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich hoffe, du kannst es gut gebrauchen, wirst einige Notizen hier reinschreiben und wirst immer deine Erinnerung an dein liebstes legendäres Pokémon mit dabei haben. Und natürlich auch die Nintendo Switch Online Mitgliedschaft nutzen, dass wir dann online einfach zusammen kämpfen können und wir können uns austauschen und so weiter. Hier an der Stelle nochmal für jeden wichtig, einfach auf unseren Discord Server zu kommen. Denn dort machen wir wirklich jetzt langsam nach und nach wieder einiges zusammen. Über die Feiertage war es ein bisschen eingeschlafen. Jahresanfang ist ja auch immer so ein bisschen meh. Aber jetzt sollte es eigentlich bald wieder losgehen. Ich bin ja jetzt endlich auch mal fertig mit der Pokémon Liga. Tatsächlich nach 145 Stunden. Und jetzt werden wir erstmal gemeinsam den Pokédexer vollständigen so ein bisschen. Das bedeutet für euch, ihr habt heute die Möglichkeit gehabt, Folge 60 euch anzuschauen. Das große Finale gegen Sargaria. Und danach haben wir noch gegen die liebe Nymila gekämpft. Und jetzt werde ich erstmal Montag und Dienstag pausieren mit Pokémon Karmazine. Ich werde den Kanal ein bisschen optimieren, Videobeschreibungen anpassen und so weiter. Da habe ich auch ein bisschen Feedback bekommen. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und habe heute sogar auch innerhalb der Community noch ein paar Pokémon getauscht. Damit wir die Purpur exklusiven Pokémon auch in unser Karmazine Let's Play mit reinbekommen. Natürlich als Pokémon Eier dann, damit ich dann auch der Original Trainer bin. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle an Hollow von der Community. Vielen, vielen Dank. Und ja, das wäre es eigentlich soweit gewesen an diesem Sonntagabend. Mehr habe ich jetzt erstmal nicht zu berichten. Ich habe einiges vor. Aber das große Video kommt dann tatsächlich erst am... Lass mich gucken. Am 27. Januar. Das werden wir dann mal genauer unter die Lupe nehmen, was denn da überhaupt alles Schönes kommt. Es dreht sich natürlich weiterhin um Pokémon-Karmazine. In dem Competitive-Bereich möchte ich gerne ein bisschen mehr mit einsteigen. Muss mich damit aber erstmal befassen. Pokémon-Zucht und so weiter. Die Werte, Attacken und 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 das Wesen und was es nicht alles gibt. Dazu vielleicht könntet ihr mir ein paar Tipps unter diesem Video geben. Würde mich sehr freuen. An alle anderen, die jetzt an dieser Stelle leider nicht gewonnen haben. Nicht traurig sein, Leute. Es gibt bestimmt nochmal eine Gelegenheit, ein Gewinnspiel auf diesem Kanal zu machen. Das nächste Abonnenten-Special werde ich wieder ein bisschen neutraler halten. Aber wir sind momentan mit Pokémon dran und dadurch wächst der Kanal. Deswegen habe ich das einfach mal zum Thema genommen. Ich wünsche euch jedenfalls einen wunderschönen Abend da draußen. Genießt die Woche. Einen schönen Wochenstart. Und wir sehen uns schon ganz, ganz bald wieder in einem neuen Video hier auf meinem Kanal.